Seele Austria ist ein typischer Hidden Champion der österreichischen Wirtschaft. Seit nunmehr 25 Jahren realisiert der Spezialist für Stahl- und Gansglaskonstruktionen anspruchsvolle Gebäudehüllen rund um den Globus. Projekte, die mit ihrer Größe, Ästhetik und technisch anspruchsvollen Lösung als Meilensteine gelten. Wir haben an einem Einkaufszentrum in Bangkok gearbeitet. Wir haben drei Teilbereiche von dem Gebäude gebracht. Eines davon war eben diese Glanzglasfassade, diese Luxury Wall. Die schlängelt sich in so ein Zickzack-Muster entlang des Chabrauriebers. Die große Herausforderung bei dem Projekt war halt einfach, dass mir extrem große Glasscheiben nach oben gehangen haben. Also die Projektabwicklung war sehr spannend. Wir hatten natürlich als größte Herausforderung den Terminplan mit anderthalb Jahren knapp. Das hieß natürlich neben den technischen Herausforderungen, die wir hatten für diese 5.500 Quadratmeter Gansglaskonstruktion, natürlich auch die Beschaffung der Materialien, sprich das Glas, den Stahlbau. Wir haben insgesamt weit über 100 Schiffslieferungen gehabt nach Thailand. Die Mitarbeiter der Sile Austria entwickeln unkonventionelle Lösungen, um ihren Entwürfen ein Alleinstellungsmerkmal zu verleihen. Mit den Thematiken, was vorrangig unser Bereich ist, viel Transparenz, Durchsichtigkeit, Glasfassaden, da wird das recht spannend. Jeder geht irgendwo an sein Limit. Da ist es sehr wichtig, dass man ein gutes Klima hat und einen guten Umgang miteinander. Der Fassadenspezialist ist auch ein Top-Ausbildungsbetrieb. In den ersten Wochen habe ich mein römliches Vorstellungsvermögen verstärkt und habe ich viele freie Handzeichnungen gezeichnet. Und jetzt fange ich mit dem CAD-Zeichnen an. Sile Austria – einzigartige Projekte aus Glas, Stahl und anderen Hightech-Materialien rund um den Globus.